Oftmals verzweifeln wir an Herausforderungen, sie führen zu Leid und zu Kummer. Dabei sind sie doch der einzig wirkliche Indikator für unseren Fortschritt. Guten Morgen. Wir belügen uns, wir betrügen und wir wollen die Wahrheit über unseren aktuellen geistigen Zustand nicht anerkennen. Bisher ist mir das immer ganz besonders bei anderen Menschen aufgefallen. Und genau das gab mir zu denken, wenn alle Welt sich belügt und betrügt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich der Einzige bin, der sich nicht belügt. Und dann, wenn man sich wirklich ernsthaft auf die Suche begibt, dann wird man auch fündig, wie man sich etwas einredet, was ganz andere Gründe hat, wie man wirklich daran glaubt, an das was man sich einredet und irgendwann sogar vergisst, dass man es sich eingeredet hat. Dann ist man in einer Spirale der Illusion gefangen, einer Spirale eines Egos was sich bestmöglichst positionieren will und nach Anerkennung strebt. Wer möchte sich selber eingestehen, dass das was er tut schlecht ist? Nein. Da redet man sich ein, dass es gut ist. Oder man tut solch derartig als böse wahrgenommenen Dinge, dass man sich eben einredet, dass man böse ist. Aber es gibt kein gut und es gibt auch kein böse. Es gibt nur Energien, die fließen und Zusammenhänge, die einem wahrgenommenen zeitlichen Verlauf folgen. Es ist unglaublich, wie wir uns betrügen. Unglaublich. Ich hatte nach Jahren wieder einen Moment der absoluten Klarheit und des kompletten Verlust des Egos und möchte ihn einfach für mich und für Euch hier und heute festhalten. Meiner Überzeugung nach belügen wir uns alle. Und wir belügen uns so lange, solange wir diese Welt in gut und in böse einteilen. Und da ich keinen kenne der fähig ist dieses nicht zu tun, leben wir in einer Welt der Lüge. Daher sehen wir nicht was real ist, weil wir durch Augen schauen, die nur das wahrnehmen was sie wahrnehmen wollen. Wirklich real erfahren können wir nur wenn wir losgelöst vom Denken sind. Es gibt keine Möglichkeit über die Philosophie oder die Physik die Wahrheit zu sehen. Die Wahrheit kann man nur sein. Oder vielleicht als gedankliche Brücke formuliert, die Wahrheit sieht man nur mit dem Herzen. Ich schäme mich wenn ich hier vor Euch stehe. Ich schäme mich über all die Beiträge die ich verfasst habe wo ich versucht habe kluge Worte zu finden. Ich schäme mich für die Zukunft in der ich weiter Videos veröffentliche die den Eindruck vermitteln ich wüsste etwas. Es sind krampfhafte Gedankenkonstrukte eines dualistischen Weltbildes was mich immer wieder vor die Kamera jagt und mir einredet ich würde die Welt verbessern. Gut, Böse, richtig, falsch, die Welt ist wie sie ist. Kriege, Hunger und Gewalt sind Konsequenzen unserer Existenz, unseres Schaffens. Wir als Menschen sind dafür verantwortlich. Aber die Menschheit ist auch im Umbruch. Die geistige Evolution geht voran. Irgendwann leben die Menschen in kompletter Transzendenz oder sie sind ausgestorben. Nur wer sich komplett und allumfänglich mit den Energien des Universums verbindet hat einen Platz darin. Akzeptanz. Transzendenz. Liebe. Liebe. Das ist der Weg den es zu beschreiten gilt. Es ist der Weg den es zu beschreiten. Vielen Dank.